Vielleicht habt ihr von meiner Schwester und mir gehört. Wir haben einiges erlebt. Wären fast umgebracht worden durch die Hand einer Hexe. Jetzt jagen wir Hexen auf der ganzen Welt. Du hast was fallen lassen. In den letzten zwei Wochen wurden fünf unserer Kinder entführt. Eine Hexe würde sich nie so öffentlich zeigen. Hier läuft irgendwas anderes. Im Vertrieb der Paramount. Was ist das hier? Das ist unser altes Haus. Unsere Eltern haben uns nicht im Stich gelassen. Sie wurden ermordet. Habt ihr endlich nach Hause gefunden? Mein Gott. Nichts. Wisst ihr, was ich sage? Verbrennt sie alle. Ist süßer. Schießt auf alles, was sich bewegt. Als Rache. Das ist neu. Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Das darf ja nicht wahr sein. Im Vertrieb der Paramount. Im Vertrieb der Paramount.